Ah! Wen hast du da jetzt? Romy Echt? Lass Maxi! Hier ist Romy Ja Wofür die Finger da wegnehmen werden? Ich muss ein Bild rumgeben Ist alles schön Carlo und Maxi hier in der Bühne umfauen Dann beginnen wir das nochmal um alles rungsieren Lass mich aber mal schon mal ein Schub brauchen Lass mich nicht mal alles rüber Lass mich mal alle drüber Mann Blöd bin doch mal abgeben, holen wir mal Beide